Haben Sie eine Wikiminute, um zu erfahren, wie Wikipedia Daten schützt? Sie haben vielleicht schon von Websites und Apps gehört, die Daten und private Informationen verkaufen? Das ist bei Wikipedia nicht der Fall. Das Anliegen von Wikipedia ist es, dass die Menschen ihr Wissen offen und sicher austauschen. Daher stellt die Wikimedia Foundation, die gemeinnützige Organisation hinter Wikipedia, den Datenschutz in den Vordergrund. Denn die Menschen können ihr Wissen nicht weitergeben, wenn sie Angst haben, von Werbung ausspioniert zu werden, wenn sie sich vor Zensur fürchten oder wenn sie sich um ihre digitale Sicherheit sorgen. Wikipedia erfasst nur sehr wenige Informationen über LeserInnen und Mitwirkende und verkauft ihre Daten niemals. Es ist auch nicht erforderlich, ein Konto zu erstellen. In einer Welt, in der Daten zu einer Währung wurden, ist Datenschutz jeden Cent wert. Und so schützt Wikipedia die Privatsphäre der LeserInnen. In nur einer Minute.